Schuh- und Schlüsseldienst Guido Hornung. Als Schuhmachermeister biete ich meinen Kunden einen umfassenden Dienstleistungsbereich. Neben der klassischen Schuhreparatur von Sohlen, Absätzen und Lederarbeiten repariere ich auch Taschen, Koffer und jegliche Reitartikel. Ich bin bereits 25 Jahre in meinem Beruf und der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Bereiche Schuhreparatur, Sicherheitstechnik und Schlüsseldienst geht. Ein weiterer fester Bestandteil in meinem Geschäft ist der Verkauf und die Gravur von Pokalen und Schildern.